Hallo Leute, es geht weiter mit Lego, der Herr der Ringe und der Schlacht, der ultimativen Schlacht von Helmsklamm. Ja, und wir hauen mal mit Gimli hier alles kaputt. Gucken mal, was wir so finden. Hier ist irgendwie so eine Kurbel wieder. Und anderes Zeug. Ja, mach mal alles Putti, Gimli. Hm, hier mal da lang. Soll ich nicht vielleicht da oben ran? Soll die Kurbel da nicht ran? Nö, anscheinend nicht. Aber hier, das kannst du bestimmt kaputt machen. So. Na komm. Hä? Kann er das nicht sonst kaputt machen? Doch, kann er. Schatzkiste gefunden. Ich wollte gerade sagen. Äh, ja. Da kann ich aber nix machen. Vielleicht kann ja jemand Gimli da wieder hochwerfen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Erstmal das ganze Schrottgedöns wegmachen. Wir müssen jetzt auch wieder neue Punkte sammeln. So. Aber ich wechsle mal. Legolas. Kannst du da... Ach, Legolas kann da oben, sehe ich gerade. Das machst du mal. Ja. Äh. Oh, der Controller, der... Der zieht da gar nicht ordentlich hin. Das ist ein bisschen scheiße. Ja. Das war doch ganz gut, der Schuss. Hä? Was wollt ihr denn von mir? Im Hintergrund höre ich irgendwie Elrond oder so. Ähm, ja, dann nehme ich jetzt mal, ähm, Gimli. Und vielleicht kann ich den ja irgendwie hier hinwerfen. Hochwerfen oder so. Vielleicht auf der Seite. Äh, auch nicht. Okay. Was wollt ihr denn dann? Komisch, dass das mit dem Abschießen da hinten nicht geht. Das ist doch für Legolas. Wird ja auch sogar angezeigt. Aber er geht auch so komisch immer. Also mein Spiel spackt sowieso rum. Ich hab das jetzt dreimal gestartet. Jetzt aber! Okay, und jetzt? Jetzt baust du da was Tolles. Ach, und dann kann die Kurbel da rein. Gut, mach das mal. Dreh mal. Ja, wenigstens kommen wir voran. So eine Backkacke hatte ich jetzt keinen Bock. Gib ihm die Bau mal. Während die im Hintergrund hier auch so komisch herumstehen. Ich dachte, jetzt kommen voll die tausend Orks auf uns zu. Aber ich glaub, das kommt noch. Die Uruk-Hai. So. Du hättest wirklich einen besseren Platz aussuchen können. Was geschieht denn da draußen? Ich könnte es dir beschreiben. Oder soll ich dir eine Kiste besorgen? Hehehe. Da. Der. Da. Dann beginnt es also. Oh, schießt als Legolas den Org auf der Leiter ab. Ähm, hallo? Ich muss mich bewegen können. Wo ist er denn? Da. Okay, und nun? Geh, nun mach doch mal was, Legolas. Äh. Ähm, ich habe gerade Gimli erschossen. Oh, hier kommt der nächste. Okay. Oh, ich erschieße immer meine eigenen Leute aus Versehen. Aragon und so. Ist ein bisschen doof. Ich sollte mal nach links gehen. Da sind bestimmt noch mehr Leitern. Die kommen. Oh ja. Oh ja. Ich warte mal. Hier ist doch schon einer. Da kommt der doch schon. Oh ja, dann eben auf diese Art. Wo ist Gimli? Gimli, ist das was für dich? Ach so. Legolas! Feier hab ich schon! Ich bin bei 17! Ja, Legolas und Gimli haben ja immer ihre Wettkämpfe hier. Aber das Problem ist, dass ich hier, ja, ist, ist klar. Äh. Geil. So. Das machen wir auch noch eben kaputt. Das ist gut. Oh, und da kommt die dritte Leiter. Aber das will ich doch gar nicht kaputt machen. Ich will die hier, äh, zu Fall bringen. Wie mach ich das denn? Kann einer von euch da rein? Ja, kann er. Gimli kann da oben hin. Schieb das mal runter, Gimli. So. Bau das mal schnell hier zusammen, während die da kämpfen. Hopp, hopp. Sehr gut. Und jetzt macht das kaputt. Juhu! So, ich bin wieder Legolas. Aber es fehlt immer noch eine Leiter. Das ist schon cool hier, gerade so. Gimli! 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 Mist, wo steckt der? Nein! Gimli, wo bist du? Gimli! Was ist denn los mit dir da hinten? Was latscht der denn da so doof rum? Schnell, schnell, schnell! Das war die vierte. Jetzt hab ich alle. Oh, Mist. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mist, das war Legolas. Shit. Ist da hinten noch eine Leiter, dann mach ich sie kaputt. Shit. Keine da. Mach die Urukais platt. Du hast Aragorn getötet, du Arsch. Oh, nee. Nicht ihn angreifen. Ich geb hier mein Bestes. Wo ist die nächste? Ach, das ist für Gimli. Ich seh schon. Ja, du sollst da... Was sollst du denn da? Sollst du geworfen werden? Shit, er soll geworfen werden. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie krieg ich das hin. Komm, wirf ihn da hin. Ja! Okay, mit dem Leben von Legolas bezahlt. So, gehen wir mal ein bisschen nach rechts wieder. Da sollen wir bestimmt als nächstes hin. Oder auch nicht. Was ist denn mit der hier? Hallo, Leute. Ach, wieder Gimli. So, geht doch. Jetzt waren es alle. Hallo. Ist das alles? Das sind deine Zauberkunststücke, Saruman. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Saruman! Saruman! Oh, 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 oh. Was hat Gimli denn da gemacht? Was hat Gimli denn da gemacht? Hä? Der hatte, äh, laut dem Film, hatte der da eigentlich gar nichts verloren. Ja, machst du das mal kaputt? Sehr schön. Ich laufe mal lieber schnell hier auf die Seite. Oder auch nicht. Kacke, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Ach so, ich soll hier was bauen. Okay, dann mach mal schnell. Habe ich nicht gesehen. Oh Gott, es ist so spannend. So, was jetzt? Kann da einer rein? Kannst du da... Ne, du kannst wieder was bauen, sehe ich gerade. Okay. Legolas. Dein Einsatz. Oh, geh da oben hin. So, hoch schwingen, oder nicht? Ja. Äh, nee, das war schon richtig. Und dann das hier runterschieben. So, dann können die anderen nämlich hoch. Nein, er wurde getötet. Wie konntet ihr nur... Ja, also in Wirklichkeit hatte, ähm, Legolas sollte ihn zu Fall bringen. Hat er auch mit drei Pfeilen oder so geschafft eigentlich. Aber der Urukai hatte so viel Willen, die, äh, Feuerbombe da abzuwerfen, dass es halt trotzdem ihm gelang, die Mauer zum Einsturz zu bringen. Trotz, nichtsdestotrotz können Legolas und Gimli ja immer ihre Machtkämpfe hier machen. Und während ich hier oben stehe, ist unten die Schlacht. Das ist schön. Kann ich ein bisschen reden, ne? Kannst du das nicht mal einhauen? Hauen? Ja. Der Gimli macht's. Wieder so eine Glitzerkiste. Okay. Nee, dann gehen wir mal hier hoch. Na, wer war er denn? Haltet sie auf! Wie viel Zeit braucht ihr? So viel ihr mir geben könnt. Gimli! Holzbalken! Ach ja, der heimliche Seitendurchgang, von dem die Urukai gerade nichts wissen. Die schlagen die Tür schon mit ihren eigenen Leuten ein. Das ist ziemlich weit. Du musst mich werfen! Hm. Hm. Sag's nicht dem Elb! Nicht ein Wort. Das war sehr lustig, die Szene. Definitiv und sehr cool gemacht. Nee, du sollst ihn da schon rüberwerfen. Warum macht er das denn? Doch, macht er. Okay, und wir springen. Halt sie auf! Das machen wir auch gleich kaputt. Warum nicht? Mann, Gimli, beschützt mich doch mal. Es steht da nur so doof rum. Ach, diese Schlacht, die hätte ich schon gerne zu zweit gemacht, muss ich gestehen. Ich glaube, dann macht das noch ein bisschen mehr Spaß, so zusammen in den Krieg gehen. Oh, nicht schon wieder. Was ist denn los mit euch hier? Komm, bring ihn zu Fall! Oh, oh. Jetzt kommen die mit ihren Dingern. Ist nicht gut. Gut, aber Legolas müsste eigentlich auch die Seile durchhauen können. Eventuell. Kann er oder kann er nicht? Er kann nur drauf zielen, glaube ich. Das war die Leiter. Pech für euch. Dann baust du das jetzt noch hier schnell zusammen. Zack, zack, beeil dich. Wir kommen ja ganz gut bisher durch die Schlacht. Bin ich ganz froh drüber. Was soll ich machen? Ich glaube, eher hier hinschieben. Da ist eine Schatzkiste. Wie komme ich denn an die ran? Hey, ähm... Wie? Wenn ich mich da fallen lasse, dann... Passiert doch nur ein Unglück. Oh, er kann noch was bauen. Er kriegt mich nicht, weil ich hier so stehe. Was kann ich machen? Aragorn, mach die doch mal. Eigentlich nimmt er ja noch Gimli mit. Der bleibt da eigentlich nicht unten. Ein Klavier. Nee, ist klar. Die Festung ist eingenommen. Und ein Schwein. Es ist vorbei. Was kann der Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Reitet raus mit mir. Für Rohan. Ja. Dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen. Grimme Taten erwachet. Auf zu zornen. Auf zu verderben. Und blutig morgen. Jawoll. Oh, Checkpoint. Was geht jetzt ab? Hui. Oh, ich will die Schatzkiste. Und das komische Kreuz. Und den ganzen Krempel. Ja, Barabendheuer geschafft. Super. Ich kann ja auch hauen. Vielleicht sollte ich auch mal schlagen. Yippie. Oh nein. Oh nein, wo ist er hin? Da ist er hin. Okay. Aber er trifft gar nicht irgendwie. Ja. Ja. König Theoden steht allein. Nicht ganz. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Erwin. Für den König! Sieg! Wir haben gesiegt! Helmsklamm haben wir geschafft! Level abgeschlossen, freispielfrei geschaltet. Ich glaube, drei Errungenschaften habe ich sogar bekommen, was mich sehr freut. Und, äh, ja, einen neuen Charakter zum Kauf verfügbar. Das haben wir doch ganz gut hingekriegt, beziehungsweise ich. Ähm, ja, ich hatte schon fast kurz, weil ich immer schieße, dass ich nicht alle goldenen Punkte wieder hinkriege. Aber am Ende habe ich sie nochmal alle reinbekommen. Jetzt bekomme ich sicherlich auch wieder irgendwie ein, zwei Entwürfe oder sowas. Und dann würde ich sagen, wenden wir den Part hier einfach mal an der Stelle. Sehen uns im nächsten Part von Der Herr der Ringe. Die zwei Türme. Ja, ja, irgendwie hätte ich super viele Schatzkisten wiederkriegen können. Keine Ahnung, frag mich nicht wie. Äh, das strebe ich langsam auch gar nicht mehr an. Und, ach, äh, ja, dann, ja, äh, äh, nö. Mache ich mal Geschichte fortsetzen, weil, wenn ich jetzt abbreche, dann, ähm, muss ich vielleicht alles nochmal machen. Und vom letzten Speicherpunkt habe ich keine Lust zu. Also machen wir, hängen wir das nochmal an den Part jetzt hier ran. Das kenne ich nämlich schon. Das letzte Mal habe ich da einen Cut gemacht und dann war das weg. So, hier sind wir nun mit Aragorn, Legolas und Gandalf und Gimli alle zu viert wieder zu mir. Ja, hier, Hemsclam beendet. Tschüss, war nett mit euch, ne? War eine gute Schlacht. Ciao. Hat 20 Minuten gedauert. Ist okay, ne? Gut, dann machen wir mal hier einen Cut. Da hinten steht immer noch 100 Uhr. Kein wartet auf seinen Kram. Hm, ob es ihm wohl noch geben. Wir werden es noch erfahren. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.